äh nicht aber die badehosen die musste glaube frei spiel mit level 19 ach so das was ich vorhin erzählt hatte ja genau das ist halb so wild wie gesagt 38 glaube ich war das was ich haben wollte aber so weit kommen wir nicht heute hat jeder tür noch ja ich hab türen auf ich auch okay solange mein spiel nicht wie ihm abstürzt ist alles gut und wenn es abstürzt dann schauen wir uns das gemütlich mit der mitte hinten ich finde ich habe halt im finale auf die grunden gehofft weil dann hätte ich schon wo flue direkt neben mir hallo grüße ja genau die falsche tür alle anderen sind richtig aber die ich habe drei türen nicht falsch auf ja klar natürlich eine richtung ja ich bin ganz weit hinten das wird nicht mal ich bin ganz weit von ich sehe niemanden hinter mir also knapp vom ziel zwei drei vier fünf sechs siebter ich bin ich glaube das auch ganz nah dran als letzter qualifiziert als letzter hatte ich ja die letzte runde auch also da bin ich auch als 40 ist da durchgekommen aber ich muss sagen man merkt eine verbesserung von uns also die kommen jetzt eigentlich alle in der ersten runde weiter ja der henrich schreibt doch ganz knapp aber geschafft ich war wenigstens so lange es das lavading nicht kommt ist alles in ordnung und der schweif hey ich will überhaupt nur runden weiterkommen weißt du das ist die oder ich will ich will ein bisschen spielen hier spielt ja mehr als ich und das habe ich ja eben schon verloren aber wir versuchen es jetzt dieses mal sind jetzt weniger leute also sagen dass man so rücken geht wir einfach durch rennt und als vorne ganz als erstes die absetzen kein problem wenn man hinten ist hat man verkackt ja ich bin aber auch dritte reihe und immer noch sogar zwei von mir ja ich war ja eben so schlecht weil sie deswegen als mitleid mitleid noch mehr mitleid nein 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 und die ersten sind dann nicht schon ich auch ich auch bin weit weit zurückgefallen wenn das war eigentlich ganz oben ja nein ich bin ich bin wie es tut denn was ist denn das ja jetzt ananas komm hilf doch mal bitte ist ein dreck danke dass man geholfen hat so und ich bin drin ich folge einfach mit der ananas ich denke ich bin einfach nur mr ananas gefolgt und er hat geklappt ich weiß nicht mehr von den beiden aber danke hendrik schreibt betrug absoluter absoluter witz ich gehe morgens zur polizei ich habe ja das als beweist stream und dann zeige ich das an macht das du kannst ja diesmal bei mit nach flow jetzt vorbeischauen bei mir hat er ja schon genug watch time bekommen jetzt geht aber bei dir mit dem wort ich habe ich habe das finale folge wollen wir wollen ihr vor vorhin bei ihm gezeigt also ja weil meiner ja auch abgekackt ist ja man könnte auch die leute verarschen das war auch nicht ok ich bin recht geschossen kommen auf ja ja leute falls ruhig unter Ja, das tun wir auch noch mehr in der Falle an. Okay, Wasser, Milone, Apfel. Ah, Wasser, Milone, Apfel ist für Usher. Es ist... Apfel! Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh! Das wird jetzt schwierig, da wo die Masse hingeht. Oh, warte mal. Das Spiel hab ich, glaub ich, durchgecheckt. So, warte mal. Kirsche, Apfel, Draube. Kirsche, Apfel, Draube. Ah, Kirsche, Apfel, Draube. Apfel war hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du Knuddel ist da ganz schön, aber du hast es geschafft. Jawohl. Für eine Runde weiter. Jawohl. Geht doch. Könnte Rekord sein. So, hat überhaupt Mr. Ananas gewonnen? Ich weiß es nicht. Nö, Mr. Ananas ist raus. Oh, Mr. Ananas. Gibt Mr. Ananas. Aber eine andere ist noch drin. Ja, die andere Ananas ist noch da. Ja, aber vielleicht ist das nicht Mr. Ananas. Oh, das ist cool. Das ist ganz neu. Ich muss einfach an der Seite laufen. Ja, ich seh's ja. Einfach an der Seite laufen. Nicht in der Mitte. Oh, ich bin ganz hinten, klasse. Oh, easy. Oh, ich bin ganz hinten. Okay. Andere Seite laufen. Andere Seite. Oh, das ist jetzt. Fantastisch. Das war aber nicht die Seite, lieber Minna. Und das auch nicht. Das läuft nicht bei dir. Ja, jetzt hast du wenigstens nicht mal in Gefahr. Der Mann ist aber weiter vorne. Ich halt mich nur an das, was Minna Flo gesagt hat. Ja. Mehr mach ich mehr. Das ist aber weiter vorne. Yo. Ja, das zieh ich bei dir. Die Seite ist eher nicht so gut. Und ich bin 10er. Ja. Das gibt's nicht. Bitter ist raus. Ich bin vorhin für den Letzten, der dabei ist. Ich fass es nicht. Also, ich nehme die rechte Fallen nicht mehr. Wie geil ist das denn bitte? Genau, Henrik schreibt schon. Final is incoming. Das könnte jetzt sogar wirklich Finale werden. Ich glaube, eine Runde ist noch. Oh nein, das ist das Finale. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Eins ob. 15 Leute und das Spiel haben wir nie gesehen. Ich würde mal ganz ehrlich sagen, das ist das Spiel, wo du am meisten Chance hast zu gewinnen. Ich stehe auch noch in Reihe 1. Du musst abwarten. Du musst am Ende zur Krone springen und sie berühren. Deswegen, wenn sie oben ist, musst du warten, bis sie runter geht. Dann springen und greifen in der Luft. Du musst die Krone greifen. Ja, das ist total. Ich fass das. Ich fass. Wir fass- Wir fass- Oh, 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 oh! Wow, 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 wow. Ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist ganz solide. Ja, ok, der eine hat den Vorteil. Der ist schon sehr weit. Na egal. Ja, super. Ist das gut? Nee, aber es wird wahrscheinlich nichts, aber das macht nix. Ja, macht nix. Ich bin weit gekommen. Ich bin sehr weit gekommen. Du bist sogar im Finale gewesen, im Gegensatz zu mir. Betrug. So, er sagt hier OBS-Fehler. Was? Ja, nein, mein Stream, nein, jetzt ausgerechnet, jetzt. Was, das hat sich jetzt wirklich ausgerechnet? Das Stream ist abgekackt, tatsächlich, wirklich. Aua, Eis noch. Henrik, hörst du und siehst du mich wieder? Wenn ja, schreib kurz was rein. Er ist wirklich zwischendurch kurz abgekackt. Oh, Simon hat natürlich gewonnen. Ja, jetzt, ja. Okay, die große Frage ist, bis wohin hast du es gesehen? Was passiert? Oh, nein, er hat das Finale nicht gesehen. Oh, es ist... Und er ist wieder weg. Immer mal ganz schön gewonnen. Oh, es ist... Und er ist wieder weg.